Der Freitag der Freitage im Monat ist der erste und das ist der mit den Arbeitsmarktdaten und die sind so wichtig wie selten zuvor, zumindest mal werden sie so gehandelt. Was hat er gebracht heute? Viele Nachrichten, durchaus einige, nämlich schwächere Zahlen aus China, da sah es gar nicht so toll aus, der Kaixin Service Index, der ist unter 50 gefallen, deutlich sogar mit 46,7 und zeigt damit, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt eben nicht so toll dasteht, was den Service Bereich im Moment zumindest mal angeht, kann man das absolut so sagen. Aber was erzähle ich, die meisten gucken natürlich nicht so sehr darauf, obwohl es sicherlich nicht ganz von da anzuweisen ist, dass das nicht ganz unspannend ist. Es gibt eine andere Nachricht, die wichtig ist, nämlich die Arbeitsmarktdaten. Am ersten Freitag des Monats kommen die immer raus und sind insbesondere von Bedeutung, weil FED-Chef Powell im Moment sehr Wert darauf legt, dass die Beschäftigtenzahlen gut sind. Das heißt, möglichst viele. Maximum Employment war zu lesen von der FED, ist angestrebt, was auch immer das bedeutet. Auf jeden Fall klingt das nach Employment Rate Zero, also sprich auf Null runter. Wir wollen gar nicht so sehr jetzt auf die Zahlen, auf das Number Crunching hier angehen. Wir sind nicht die Fundamentalisten hier an der Stelle, das können andere viel besser. Markus Fugmann ist da einer, der das perfekt beherrscht. Mein Thema ist eigentlich, hier mal kurz drauf zu gucken und dann zu gucken, was machen die Marktteilnehmer draus. Das heißt, ich mache mir gar nicht die Mühe, selber nachzudenken. Kann ich eh nicht, bin ich nicht für begabt für. Selberdenken ist nicht meine Stärke. Ich will also nicht interpretieren, ist das jetzt eine gute Nachricht, ist das eine schlechte Nachricht, sondern ich lasse die anderen entscheiden. Total demokratischer Prozess, alle Marktteilnehmer haben eine Stimme. Naja, nicht alle die gleiche, aber die mit dem Geld in der Hand sind ja sowieso die Relevanten und die haben abgestimmt durch das Marktverhalten. Ein kurzer Blick hier drauf, trotzdem die Non-Farm-Payrolls deutlich niedriger als erwartet. Eine Million war es noch zuvor, 750 wurden erwartet, 235.000, was ist das denn? Ja, also das ist schon eine deutliche Abweichung. Die Rate ist wie erwartet, das ist also jetzt kein großer Unterschied und gar nicht so sehr beachtet aus meiner Sicht, aber für mich sehr, sehr wichtig, sind die Average Hourly Earnings, also die Stundenlöhne. Und wenn wir die mal uns angucken, das heißt die Lohnkosten sind weiter gestiegen und zwar deutlich mehr als erwartet. Es wurde ein leichter Rückgang im Jahresvergleich erwartet, 4,1 zuvor, 4,0 erwartet, 4,3 sind sie gewesen. Auch im Monatsvergleich 0,6 gestiegen statt nur 0,3. Erwartet wurde also ein leichter Rückgang, aber sie sind gestiegen und das macht die Lohnkosten teurer. Das heißt, die Produktionskosten steigen auf der Faktorseite Arbeit und auf der Faktorseite Rohstoffe ganz schlecht für die Inflation. Und damit sind wir wieder voll im Thema, was macht die FED? Das ist wahrscheinlich auch das ganz große Problem, denn auf der einen Seite, wenn man jetzt nur die Non-Farm-Payrolls anguckt, könnte man vielleicht vermuten, oh, das sieht gar nicht so gut aus, sprich Tapering, das wird noch lange dauern, bis das tatsächlich durchgeht. Und diese Nachricht hier oben allerdings, die verlautet, jetzt wird das ja auch immer wieder teurer. Das ist wieder das Gegending, also eigentlich ein bisschen ausgewogen. So, und jetzt gucken wir mal, was der Markt da draus gemacht hat. Und da gucken wir nicht zuerst auf den DAX, den können wir uns gleich nochmal angucken. Schauen wir mal, was der Dow Jones konnte. Der Dow Jones ist seit heute Nachmittag abwärts unterwegs. Die sehen das also nicht so toll. Theoretisch könnte man sagen, Arbeitsmarktdaten gut, aber die Lohnkosten, sprich Inflation, jetzt hätte ich gesagt 2.0, eigentlich müsste man sagen 0,5. Denn die Arbeitskosten, das ist ja erstmal keine Inflation, die wird ja erst über den Umweg der Teuerung, wenn die Unternehmen dann anfangen, jetzt müssen wir für die Rohstoffe mehr zahlen, für die Faktorproduktion, also die Arbeitsfaktoren müssen wir mehr zahlen, dann geben wir das weiter. Und das ist wohl das, was im Moment die Marktteilnehmer umtreibt, nämlich, wir haben eigentlich nicht so richtig Ahnung, aber es sieht eher nicht so gut aus. Also, erstmal die Abwärtsbewegung, die jetzt hier ist. Eigentlich gar nicht so schlimm, denn die Charttechnik hat das ja, ich will es jetzt nicht sagen, vorweggenommen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben und wir dürfen eins nicht vergessen. Das bisschen, was wir hier auf der Abwärtsseite jetzt haben, das ist jetzt noch nicht der Garaus für den Bullenmarkt um Himmels Willen. Also bitte die Kirche im Dorf lasen, das ist immer noch alles in Ordnung für die bullische Seite, zeigt aber generell, dass der Markt so die Aufwärtsseite nicht mehr ganz so lieb hat, wie er das früher schon mal gekonnt hatte, da ist so ein bisschen Zögerlichkeit aktuell dann schon zu sehen. Und das lässt dieses Bild, ich will es nicht jetzt beschreien, dass das zwingend jetzt kommt, das ist schon gar nicht heute Nachmittag noch, aber dieses Bild nach wie vor, ich sag mal mindestens als drohendes Szenario am Horizont, das ist nicht ganz vom Tisch, dass sowas eben passiert. Für heute Nachmittag allerdings ist das erstmal eine Abwärtsbewegung, die aber schön schon gekontert wurde. Alle kurzfristigen Aktivisten werden jetzt sagen, Mensch, das ist doch genau, sagt er doch selber immer, schöner Schub hoch, lass ihn doch jetzt mal runter wackeln, völlig richtig. Wenn das, was sich hier jetzt andeutet, tatsächlich in irgendeiner Form so wackelig eben ist, also nicht so geradlinig, sondern eben so hin und her wackelnd irgendwie was in der Art, oder ABC-mäßig, ja dann müsste eigentlich das nochmal sich fortsetzen und damit wären wir wieder auf den alten Niveaus, sprich nochmal mit, war was? Keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, was da gerade gespielt wird. Ihr seht, der Markt noch nicht so wirklich entschieden, wie er mit den Daten umgehen soll, zumindest mal was den Dow Jones angeht. Der S&P ebenfalls eher auf der schwachen Seite, auch hier grundsätzlich kann man sagen, ja, deutete sich ja anschartechnisch. Also das ist, wie gesagt, nicht immer ein Versprechen, auch wenn ich das hier so schön zeichne und es dann so aussieht, ja so muss es kommen, so sieht es hübsch aus. Das ist natürlich fahrlässig, wenn man davon ausgeht, aber dieses Szenario ist halt nach wie vor eigentlich, wäre ein typisches, wäre ein wohlverdientes, würde auch kein Drama verursachen. Vielleicht sind wir jetzt aktuell auf der Schiene unterwegs. Mal gucken, zumindest mal das erste Movement nach unten, das war so ein kleiner Erschrecker. Beim Nasdaq haben wir das theoretisch auch noch hier. Ihr seht, das ist immer noch hier ebenfalls so eins dieser Szenarien, was sich eigentlich gutheißen würde, wenn der Markt das machen würde. Der kurzzeitige Chart jetzt hier, na, jetzt müssen wir Fairness halber hier auch auf 5 Minuten wieder gehen, um das mal zu vergleichen. Also das war hier quasi 14,30, danach dann runter, danach jetzt wieder hoch und diese Bewegung ist, jetzt gehen wir doch noch mal auf Minute, die sieht ja schon ziemlich gut aus, aus dynamischen Gründen. Denken wir mal dran, diese typischen Fünfwelligkeiten, also 1, 2, dann hier vielleicht intern 1, 2, 3, da ging es noch mal runter, 4, 5, dann jetzt hier wieder eine Korrektur in irgendeiner Form. Solange wir jetzt oberhalb dieser Marke bleiben, erstmal alles safe. Wenn wir da drunter fallen sollten jetzt, ja, dann ist das mit dem Bullen doch erstmal nichts. Bleiben wir oberhalb dieser Marke, hätten wir keine Überschneidung dieser großen Korrekturen. Ihr seht, die sind ungefähr gleich groß, die kann man miteinander vergleichen, deshalb habe ich das hier mal so grob eingezeichnet. Also merken, Nasdaq 100, Future wohlgemerkt ist das hier, 15.610, ungefähr das hoch, was war denn das hier? Wir sind im Minutenschart unterwegs, 15,30. Das sollte idealerweise nicht unterschritten werden, wenn es wirklich ein richtig tolles bullisches Szenario ist. Wenn er jetzt da doch durchtaucht, hm, dieses Ding ist immer noch im Angebot und wir müssen damit rechnen, dass das tatsächlich passiert. Jetzt gucken wir noch mal einmal quer. Was haben wir sonst noch so bei Rohöl? Da haben wir schon drüber gesprochen. Die Aufwärtsbewegung in der Fortsetzung, jetzt gerade in der Pause dieser Fortsetzung, alles safe. Also da hat man vielleicht sogar noch mal eine zweite Chance einzusteigen. Theoretisch also nach wie vor die Aufwärtsbewegung nach oben, Schub hoch, wackelig runter, Fortsetzung, Ziele um die 75. Jetzt sind wir hier in einer Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung, wenn man sie sich genau anguckt, ist aber eher korrektiv. Also ebenfalls noch alles safe, insbesondere wenn wir die nach oben dann wieder triggern. Solange er da unten rumhängt, ist natürlich immer ein Risiko. Man kann natürlich jetzt fahren, naja gut, hier haben wir doch mehrere Unterstützungsleveln. Also in diesem Bereich, da kann man doch notfalls mal einsteigen. Ja, kann man tatsächlich machen. Wenn er dann nach oben geht, hat er ja genügend Spielraum nach oben. Und wenn er doch da noch mal drunter geht, also das ist jetzt mal eine Grobrichtung, aber wenn er jetzt da noch mal drunter läuft, also Einstieg ungefähr, das ist jetzt keine zwingende Trading-Empfehlung, bitte überlegt euch selber, ob ihr das macht, hier beim Future, also WTI, für die, die nicht in den Future handeln wollen, ungefähr 69,50 aktuell. Man könnte sagen, okay, wenn er noch ein bisschen tiefer geht, vielleicht 69,00, irgendwie sowas, 50 Cent Risiko. Auf der anderen Seite, wenn er wirklich hoch geht, hätte man fast 5 Dollar auf der Gewinnseite. Das ist eine Idee, die man fahren kann. Allerdings, wohlgemerkt, der wichtige Hinweis, das hat keine sehr hohe Trefferquote, aber dafür eine gute, sehr gute Chance-Risikorelation in dem Fall. Warum keine hohe Trefferquote? Naja, ich gehe nicht gerne long, wenn der Markt fällt. Ich möchte dann schon gerne sehen, dass er das bestätigt. Das wäre zum Beispiel, wenn er das Zwischenhoch hier noch mal angeht, hier an der Stelle, oder wenn er auf kleinerer Ebene, jetzt vielleicht so ähnlich wie hier, noch mal sowas macht, das wäre ebenfalls noch mal gut. Aber tendenziell, wenn er sich ein bisschen bemüht, ist die Longseite aus meiner Sicht besser. Überlegt euch, ob es so ein aggressiver Einstieg sein soll, dann aber bitte eng stoppen. Denn wenn der dann viel braucht an Platz, da muss man sich überlegen, ist das wirklich die Idee, die ich gerne hätte. Gold hat sich noch mal aufgerafft, weiter nach oben zu gehen. Spannend eigentlich. Das macht dieses Szenario noch nicht unmöglich. Also das ist auch immer noch möglich, auch mit diesem Überschießen hier. Nur viel mehr sollte er nicht steigen. Sonst müssen wir diese Zeichnung komplett erst noch mal überdenken. Sprich, dann werden wir wohl irgendwie auf einer internen Ebene weiter argumentieren müssen. Und dann kommt der Rücksetzer trotzdem. Allerdings dann nicht mehr auf dieses Ding, sondern auf den da. Im Moment wäre es ja so eine Art Seitwärtskorrektur, die möglich ist. Aber die Alternative wäre eben, naja, ich habe mich hier vertan. Doverborn, was macht der da auch immer für ein Mist? Wir müssten das Ganze vielleicht dann in irgendeiner Form so auffassen. Wie auch immer jetzt, das wissen wir hier noch nicht so ganz genau. Also sprich, aber noch eine letzte Aufwärtsbewegung und danach kommt erst die Korrektur. Die Quintessenz ist die gleiche. Eine Korrektur müsste irgendwann mal folgen. Sobald diese in dieser Größenordnung passiert, ist die dann wieder nutzbar. Solange ist diese Ebene schlecht zu handeln, müsste man auf kleineren Ebenen gucken, ob man da Schübe und Korrekturen kriegt. Im Moment sind die Schübe ganz klar nach oben. Gold also profitiert aktuell von der Situation. Die Marktteilnehmer finden das nicht so schlecht. Wackelige Bewegungen wären eben Möglichkeiten, einzusteigen auf der Long-Seite, wenn er da ein bisschen mal runterkommt. Also Rücksetzer werden vielleicht da noch nutzbar. Aber denkt immer dran, noch nutzbar, aber wir sind schon sehr weit gediehen. Irgendwann kommt dieser große Rücksetzer, ob ihr das wollt oder nicht. Der steht eben nun mal an. Wer also die Long-Seite noch reiten will, kein Thema. Noch, wie gesagt, geht es ja nach oben. Aber zieht einen Stopp hinterher. Denkt daran, nicht zu weit das zu erlauben. Ansonsten müsst ihr den kompletten Rücksetzer hier in diese Zone 38, 50, 61, 80 in etwa noch mal zulassen. Damit will ich es jetzt erstmal bewenden lassen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderbaren und vor allen Dingen einen erfolgreichen Nachmittag und drücke euch die Daumen, dass ihr ein schönes, ein wunderbares Wochenende habt. Nächste Woche geht es weiter an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut.